Die Ästhetikklinik in Hannover ist eine staatlich konzessionierte Privatklinik. Mit ihren ca. 1000 Quadratmetern Beratungs- und Behandlungsfläche zählt sie zu den größten Einrichtungen ihrer Art im norddeutschen Raum. Der Schwerpunkt? Ästhetische und plastische Medizin, die ausschließlich von Fachärzten ausgeführt wird. Qualität steht hier an oberster Stelle und zwar in jeder Hinsicht. Dies fängt bereits bei der Beratung an. Ausführlich und sorgfältig, denn jeder Eingriff will nicht nur gut vorbereitet, sondern ebenso gut überlegt sein. Also das Code der Patienten fühlt sich natürlich allein aufgrund der Ausstattung unserer Einrichtung recht wohl bei uns. Das ist sicherlich sehr vertrauenserweckend, wenn man in eine moderne, gut ausgestattete Einrichtung kommt. Die Zeit, die wir uns für den Patienten oder für die Patienten nehmen, ist sicherlich etwas, was auch sehr honoriert wird. Und in der Regel ist das, was Patienten sehr sensibel wahrnehmen und auch schätzen an den Beratungsmodalitäten in unserer Klinik. Wir sind nicht wie in einer Praxis hier allein oder Einzelkämpfer, sondern sind ein Team mit mehreren Fachärzten. Schwierige Fälle, komplizierte Fälle kann man gemeinsam besprechen und das bietet einen Riesenvorteil. Ein Vorteil, den die Patienten bereits bei der Beratung kennenlernen. Objektive, fachlich fundierte Aussagen unterstützen den Patienten bei der Meinungs- und Entscheidungsfindung. Zwischen dem Beratungsgespräch und dem Eingriff liegen mindestens 14 Tage Bedenkzeit. Viele der Eingriffe finden heutzutage ambulant statt. Sollte eine stationäre Behandlung notwendig sein, ist die Klinik auch dafür bestens ausgestattet. Den Patienten erwartet ein perfektes Wohlfühlambiente. Hier lässt sich schnell vergessen, dass man in einer Klinik ist. Dafür sorgen modern eingerichtete Patientenzimmer und das perfekt ausgebildete Pflege- und Hilfspersonal. Das gibt den Patienten in erster Linie natürlich eine große Sicherheit. Sie sind hier über 24 Stunden lückenlos, nahtlos betreut. Es ist sozusagen immer der Operateur oder zumindest auch ein Facharzt anwesend, sodass es überhaupt keine Lücken der Versorgung gibt. Auch im Fall eines eventuellen Notfalls, der nie hundertprozentig auszuschließen ist, ist immer der Arzt und natürlich das gesamte Personal schnell vor Ort. Hier in der Ästhetik-Klinik Hannover können wir prinzipiell alle chirurgischen Behandlungen in der ästhetischen Chirurgie durchführen. Sowohl stationäre als auch ambulante Behandlungen sind möglich und das Behandlungsspektrum ist komplett. Das heißt von Kopf bis Fuß. Für die operativen Eingriffe verfügt die Klinik über zwei voll ausgestattete Operationssäle. Ein Schwerpunkt sind Straffungen oder Fettabsaugungen, aber auch Nasen- und Ohrenkorrekturen, Gesichtsstraffungen oder Faltenbehandlungen werden hier ebenso routiniert wie schonend durchgeführt. Ein sicher enormer Vorteil ist, dass wir uns inzwischen über Jahre kennen, dass das Team perfekt Hand in Hand arbeitet und das ist natürlich auch im Sinne des Patienten sehr wichtig. Im Gegensatz zu einem Arzt, der unter Umständen in einer fremden Klinik operiert haben wir hier den Vorteil, dass jeder jeden kennt, dass man weiß, wie Operationen ablaufen, dass das Personal während der Operation genau die Bedürfnisse des Operateurs kennt und das ist für die Qualität der Operation auch mitentscheidend. Ein weiterer Schwerpunkt der Klinik sind Brustvergrößerungen, Verkleinerungen, Bruststraffungen und die Behandlung von Brustfehlbildungen. Minimalinvasive, schonende Verfahren sorgen für eine möglichst geringe Belastung des Patienten, der hier in besten Händen ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017